Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem kleinen Video. Denn Star Stable hat ja vor kurzem die neue Star Stable Werbung jetzt passend zu Halloween rausgehauen. Und die ist gar nicht so lange, die ist nur 26 Sekunden. Aber ich dachte wir gucken die uns einfach mal zusammen an und mal gucken was die so zu bieten hat. Was ist das denn? Oh mein Gott ey. Ja ich find's immer sehr lustig, wenn Star Stable so echte Szenen mit einbaut in das Ganze. Oh mein Gott ey. Ja, also passt auf wenn ihr leuchtende rosane Kisten im Heu findet. Es könnte sein, dass ihr dann nach Jorvik geportet werdet. Und was sagen sie? Das ist die Welt, in der die Pferde sich verkleiden. Und du Süßes oder Saures mit deinen Freunden spielen kannst. Was ich, ja aber das auf jeden Fall, kann es sein, dass die Werbung schon ein bisschen älter ist. Weil irgendwie haben sie ja noch nichts von generell neuen Sachen drin. Das sieht ja alles so aus wie quasi letztes Jahr schon. Die ist aber erst vor kurzem hochgeladen worden. Also entweder haben sie die vorbereitet und nochmal reingehauen. Oder ihr könnt mir einmal in die Kommentare reinschreiben. Würde euch das Ganze motivieren Star Stable zu spielen. Wenn ihr dasselbe noch nicht spielt, hätte es bei euch gezogen. Ich muss sagen, ich finde sie irgendwie schon ganz cool gemacht von der Art her. Auch wenn es irgendwie gar nicht das widerspiegelt, was man in Star Stable wirklich irgendwie macht. Ich finde es ganz cool von der Art her. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nachher auf jeden Fall nochmal zu einer Runde Star Stable. und zu jeder Menge Sachen heute noch zu SSO. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.